Colorido ist der Name eines aus dem Friaul stammenden, im 16. Jahrhundert nach Böhmen gelangten und in den böhmisch-österreichischen Adel aufgenommenen Geschlechts. Das als mediatisiertes Fürstenhaus dem Hochadel angehört Geschichte. Nach der Überlieferung entstammt das Geschlecht den Herren von Waldsee, von denen die Brüder Liebhardt und Heinrich angeblich den Salier Konrad II., auf dessen Zug im Jahre 1026 zur Kaiserkrönung nach Italien begleiteten. Liabordo soll dann vom Patriarchen Popo von Aquilaia im Jahr 1031 mit der Burg Melz bei Udine belehnt worden sein. Seine Nachkommen konnten ihr Lehnsgebiet während der Zeiten andauernder Kämpfe zwischen adeligen Herrschaften, Lehnsherren und den größeren Mächten wie etwa der Republik Venedig, dem Kirchenstaat und den zum Kaiserreich gehörenden Ländern laufend erweitern. Gleisäu de Melz erscheint am 25. Oktober 1247 urkundlich mit seinen Brüdern, von denen Gleisäu die Linie Colorido und Heinrich die Linie Melz Colorido gründete. Wilhelm von Melz bekam am 4. Dezember 1302 vom Patriarchen Otto Bono von Aquilaia die Erlaubnis, im Friaul bei Udine die Burg Colorido di Monte Albano zu erbauen, nach der sich die Familie nunmehr benannte. Die drei Söhne Wilhelms begründeten drei Linien des Geschlechts. Zu den Besitzungen gehörte neben dem Schloss Melz von 1200 bis 1336 die Stadt Wensen. Ferner die Schlösser Albana und Prodollen mit den Festungen Sattemberg und Monfort, Colorido sowie die Lehn Susans und Sterpo, Casteldobra. Flenne, Setzer, Latisana und Sutrio außerhalb des Friauls besaßen die Colorido-Paläste in Mantua und Recanati sowie in Santa Sofia Marek-Chia. Am 19. März 1588 erlangten die Brüder Ludwig und Lelius von Colorido für sich aus Prag die Reichsfreiherrenbestätigung mit dem Wappen der Herren von Waldsee. Im Jahr 1591 kam es zur Vereinigung der Colorido mit der schwäbischen Familie von Waldsee, auch Wallsee oder Wallseher genannt. Die Zurückführung ihres Ursprunges auf die Wallseher ist heute umstritten. In den Jahren 1629 wurde die asklinische Linie und 1724 Dekasekunden Gesamthaus in den Reichsgrafenstand erhoben. Im Jahr 1763 wurde Reichswisekanzler Rudolf Josef zum Reichsfürsten erhoben. Von den Söhnen wurde der ältere Franz D. Paula Gundacker ebenfalls Reichswisekanzler. Dieser wurde Begründer der Linie Colorido-Mansfeld mit Schwerpunkt in Ost- und Mittelböhmen, wo die Familie bereits seit etwa 1635 den Besitz Opo Kno hatte, da er 1771 eine Tochter von Fürst Heinrich Franz von Mansfeld von die heiratete. 1780 starb der letzte männliche Graf von Mansfeld, Josef Wenzel-Nepomuck von Mansfeld, Vorderort Bornstedt. Sämtliche Mannlehen der Mansfelder Grafen im Mitteldeutschland fielen an die Lehnsherren zurück, namentlich am Kursachsen und Preußen als Rechtsnachfolger des säkularisierten Erzbestums Magdeburg. Die böhmischen Allodiale mit Schloss Dorbriss kamen an die Erbgräfin und Halbschwester Josef Wenzels, Maria Isabella, die seit 1771 mit Franz D. Paula von Colorido verheiratet war. Die kaiserliche Regierung in Wien gestattete dem Fürsten 1789 die Namens- und Wappenvereinigung der beiden Geschlechter. Um das Andenken an die Mansfelder Grafen zu bewahren, nachfahren dieser Linie leben heute noch in Österreich und den USA. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts gehörte der Fürst von Colorido als Personalist dem schwäbischen Reichsgrafen-Kollegium an. 1803 erwarb er den Nostizien-Anteil an der reichsunmittelbaren Graf-Chef Drinek. Zahlreiche Mitglieder der Familie Colorido standen in politischen und diplomatischen Diensten des Heiligen Römischen Reiches. Der Habsburger bzw. Österreichs auch hohe Kirchenämter wurden von Angehörigen des Geschlechts bekleidet. Als eines von 16 mediatisierten Fürstenhäusern hielt es einen erblichen Sitz im Herrenhaus dem Oberhaus des österreichischen Reichsrates. Zu den böhmischen Besitzungen zählte ab etwa 1635 Schloss Apokno, ab 1775 die Mansfeld-Chee-Domäne mit Schloss Dorbriss und ab 1879 die Domäne mit Schloss Z. Biro. In der Steiermark besaß die Familie von 1681 bis 1756 Schloss Liebenau sowie seit 1929 bis heute Schloss- und Forstamt-Gestadt in Oeblan. Das Wiener Palais Colorido wurde nach dem Zweiten Weltkrieg an Karl Trautmannsdorf vererbt und von diesem verkauft. . . . . Restitution Schon 1942 waren alle, auch die im Ausland lebenden, Mitglieder der Familie zu Reichsfeinden erklärt und alle Besitztümer in Böhmen und Österreich zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen worden. Die österreichischen wurden 1948 restituiert. Im Zuge der Restitutionsgesetzgebung in der Tschechischen Republik erhielt die Familie Colorido Mansfeld ab 1990 ihre ehemaligen Besitzungen zurück, die ihnen mit der Vertreibung aus der nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gegründeten Tschechoslowakei zum zweiten Mal enteignet worden waren. Dazu zählen Schloss Dorbriss, das 1998 an Jerome Colorido Mansfeld restituiert wurde, sowie Schloss Z. Biro, das 1990 demselben rückübereignet. Jedoch von ihm wieder an den Staat verkauft wurde, Schloss Dorbriss beherbergt heute zwei Museen und ein Hotel mit Gastronomie. Christina Colorido Mansfeld, Tochter des 1990 verstorbenen Josef, erreichte die Restitution des Grundbesitzes der Domäne Opochno. Das Schloss, welches sie zunächst ebenfalls übernehmen konnte, musste sie nach einem aufsehenerregenden Urteil des Verfassungsgerichtes jedoch wieder an den Staat zurückgeben. Die Dobreiser Ländereien wurden in der Folge zu gleichen Teilen an Jerome und seine Cousine Christina herausgegeben, die 2006 eine Realteilung vollzogen. Ungelöst bleiben bis heute die Verfahren um Schloss Opochno und um wesentliche Bestandteile der Schlösserinventare. Im Jahr 2007 verklagte die Familie den tschechischen Staat auf Restitution der Kunstsammlung aus dem Renaissance Schloss Opochno in Ostböhmen. Ein Gerichtsentscheid des Kreisgerichts von Radekralove im Oktober 2007 lehnte dies jedoch in einem Berufungsverfahren erneut ab, so dass die Colorido Mansfelds nun das oberste Gericht der tschechischen Republik anrufen wollen. Zu der Sammlung, deren Wert das Denkmalschutzamt auf über eine Milliarde Kronen, rund 35 Millionen Euro, einschätzt, gehören unter anderem eine künstlerisch wertvolle Kutsche, eine Gemäldesammlung und mehrere tausend Gegenstände wie historische Waffen und Geschirrwappen. Das Stammwappen zeigt in schwarz einen silbernen Balken. Auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken ein wie der Schild bezeichneter Adlerflügel. Personen Linie Waldsee Walse Ludwig von Coloridu Lelius von Coloridu, Sohn von Ludwig Hieronymus von Coloridu, Kämmerer und Feldmarschall-Leutnant, Sohn von Ludwig Rudolf von Coloridu, Feldmarschall und Prior des Malteser-Ordens, Sohn von Ludwig Ludwig von Coloridu, Feldzeugmeister, Sohn von Hieronymus Johann Baptist II von Coloridu, österreichischer und venezianischer Feldherr, Feldmarschall Johann Baptist von Coloridu, kaiserlicher Oberhofmarschall und Gesandter in Venedig Camille von Coloridu, Arnheld des böhmischen Zweiges Rudolf Josef von Coloridu, Reichswiesekanzler Johann Baptist Franz von Coloridu Franz D. Paula von Coloridu, Walse österreichischer Diplomat, Enkel von Johann Baptist Franz Linie Waldseemelz, Karl Ludwig von Coloridu, Arnheld des mantuanischen Zweiges Anton Theodor von Coloridu, Erzbischof von Olmütz Hieronymus von Coloridu, Fürsterzbischof von Salzburg Josef von Coloridu, österreichischer Hofkriegsrat Franz D. Paula Karl von Coloridu, kaiserlicher Kabinetts- und Konferenzminister Wenzel Josef von Coloridu, österreichischer Feldmarschall Philipp von Coloridu-Milz, Stadthalter des Malteserordens Linie Mansfeld Franz D. Paula Gundelker von Coloridu-Mansfeld, Reichswiesekanzler, Sohn von Rudolf Josef Rudolf von Coloridu-Mansfeld, Wirkel Erster Oberhofmeister des Kaisers Hieronymus von Coloridu-Mansfeld, Feldmarschall-Leutnant Ferdinand von Coloridu-Mansfeld, österreichischer Politiker und Unternehmer Franz D. Paula Gundelker II von Coloridu-Mansfeld, Feldmarschall-Leutnant Josef Franz Hieronymus von Coloridu-Mansfeld, Staatsmann Teresita Coloridu, Librettistin und Schauspielerin, verheiratet mit Christoph Liebenseuter Punkt, 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 Punkt Punkt, 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 Punkt